Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir suchen noch Utensilien, um den Fahrstuhl wieder in Gang zu bringen. Haben dabei leider schmerzlich, ähm, ja, Mats verschwenden müssen. Von Munition zu... Überlebensmesser. Messer, 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 Messer. Mit Messer gehen wir eiskalt erstmal nach unten. Dann war das alles vielleicht... ... für die Katze hier runtergekommen zu sein. Du hast es nicht geschnitten. Stimmt, ich könnte Munition für Standardpistole. Ich hoffe, dass die kompatibel ist. Ist sie. Gott sei Dank. Aber gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Munition. Wir haben ein Messer. Damit können wir doch erst mal ein bisschen wieder was anstellen. Oh Gott. Aber so dunkle, enge Gänge hier auf einem Schiff, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Okay, down. Mit den Bomben müssen wir auf jeden Fall vorlieb nehmen. Hier können wir wieder speichern. Oh, was haben wir hier drin? Gar nichts. Gar nichts. Sadness. Wir haben ein Ads-Mittel. Damit kommen wir... Ivi. Achso. Ivi ist oben. Pistolenmonie. Wichtig. Gucken, ob ich noch irgendwas sehe. Scheint nicht so. Wir speichern erst einmal. Und dann müssen wir wohl dieses Stockwerk noch ein bisschen erkunden. Okay, die gleiche ist ge-spawned. Das Mist-Ding ist offen, aber da ist nichts drin. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin top... Ach komm, heils ab. Ach komm, heils ab. Ich verschwende viel zu viel Munition. Schön, dass ich lauter Schießpulver kriege. Ohne Chemikalien bringt mir das alles nichts. Drei zum Schuss. Lässt sich nicht öffnen. Was muss ich denn machen, damit du dich öffnen lässt? Wait, what? Bitte sag mir, dass es so simpel ist, dass sie einfach nur so aussehen müssen, wie das Gegenüber. Es ist so simpel. Gott sei Dank, ey. Ich muss mal kurz jucken. Tut mir leid, Leute. Und bitte lasst ihr den Schlüssel führen. Okay. Diverse Ads-Mittel. Das ist natürlich auch nice. Hier haben wir noch ein paar Kojen. Bei den Kojen sollten wir mal reingucken. Ich muss mich jedes Mal aufs Neul vor den Köpfchen erschrecken. Nur kurz ein Mikro hoch, ne? Flüssige Chemikalie, Gott sei Dank. 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Raccoon City. Als älter Resident Evil eingesessen, erkennt man das natürlich. Weißt du was? Heilstuff habe ich. Ich brauche mehr Munition. Ich denke, das ist Worth. Ich brauche nur halt. Schrankschlüsse Kapitänskabine. Äh, Kabine. Nice. Gott sei Dank, ey. Nein. Die starke, flüssige Chemikalie. Oh, die fucking Kapitänskabine jetzt. Hier ganz oben, ne? Ja, ganz oben. Oh, was hat mein Auge denn heute Abend so? Was soll denn der Scheiß? Gut, dann müssen wir auf jeden Fall hin. Weil das MG will ich haben. Das MG brauchen wir. So viele Scheißviecher, wie hier rumrennen. Komm, stirbte Kapitänskabine. Mann. Mann. Scheiße, ey. Gut, dass ich Kugeln hergestellt habe. Sonst werde ich jetzt löschen wieder out of ammunition. Oh, okay. Oops. Warum ist denn da jetzt schon wieder so ein Viech? Gehen wir nicht auf den Keks. Hier geht es zur Krankenstation, außenrum geht es zum Duschraum. Warum sollte ich nicht den direkten Weg wählen? Dafür wird es seine Gründe geben. Hier kommt auch einer raus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, war glaube ich eine schlechte Idee. Geht mal bitte schnell her, ich will hier raus. Ich habe nicht genug Platz, willst du mich ver... Was ist das? 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 Das hat mich jetzt eigentlich viel zu viel gekostet. Was ist das? 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 So, was passiert jetzt? Okay, die Tür funktioniert halt einfach nicht. Okay. Ja sicherlich. Scheißviech, Alter, spring mich halt instant an, wenn ich da rauskomme. Alter Vater, ey. Ist doch nicht heute kackernst. Jetzt hab ich sie doch auf einmal nehmen. Vorhin durfte ich sie nicht rausnehmen. Wir wollen nach ganz unten. Bevor wir nach ganz unten gehen, liebe Leute, würde ich sagen, wir setzen hier einen Cut. Und Leute, ich danke vielmals fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann und auch drei bis die Tage. Ciao, ciao. So. So.